Na ja, jetzt habe ich aber wieder Bock. So vorhin, als bevor du kamst, dachte ich mir, oh, ich dachte mir, bock mir heute. Aber jetzt habe ich wieder Lust. Rechtsrum, lass mich mal. Nee, linksrum. Wieso? Wo musst du irgendwie hin? Nee, rechtsrum. Na ja, die Tribüne, wo die Westen hin müssen. Achso, na ja, die ist komplett auf der anderen Seite. Ja, das war ja klar. Willst du gerne aufs Kloß haben, den Mist? Na ja, dann müssen wir... Kommen wir, wo das Parkhaus gut war. Aber hier glaube ich noch nicht. Nee, da kannst du auch drum rumlaufen. Das ist ja nicht so weit. Das ist ja hier um die Ecke und dann fertig. Genau, das ist ja hier vorne, Ferng. Genau. Was ruckelt denn das jetzt hier schon wieder? Da hast du deine Tribüne. Irgendwann, ist die das? Nee, das sind noch ein Stück weiter. In dem Stück gerade vorne, ich bin. Ich gucke schon mal hinten ins... ...ins Idea rein. Ich muss dich nicht vor dem Keller umlegen. Ja, auch wenn es so ist. Nee. Ah, okay. Ja, okay. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Okay. Kommst du ins ID herein hinten? Ich komm dir entgegen, zur Rollkletter. Ich bin da vorne an der Rolltreppe schon. Ich bin hier nicht an der Rolltreppe, ich bin da draußen. Ich komm aber jetzt rein hier, in der Mitte. Ich komm beim ID herein, oder? Ich bin hier im ID herein, bei den Kassen. Da komm ich da rein, ja. Da komm ich da rein. Du hättest auch die andere Rolltreppe damit, dann musst du nicht so weit laufen. Naja, ich bin da gleich da. Das Stück. Das Stück. Das Stück. Das Stück. Ich bin schon ein bisschen weiter vorgelaufen. Das Stück. Das Stück. Das Stück. Das Stück. Ich laufe schon in Richtung Trend. Das Stück. Und den Fisch. Der hat nicht noch. Der hat gerade abgelebt. Ah. Die hat gerade abgelebt. naja dann lass uns hier zu deinem abo immer fällst du ihm ins wort ja eigentlich sicherheitshalber jetzt mal rohja 20 mehr nicht ganz mehr ich brauche jetzt ich mache 18 steps mit kopfschluss könnte man hier sogar noch schaffen wenn alles gut ok den was nicht wir machen sehen ich hast du gelabert ja er springt direkt drauf an ja ja da können wir ja genau so ey er war dein kumpelmann er hat mit dir gequatscht die fenster sehen jetzt cool aus hier das ist natürlich krass du kannst voll reingucken ja das stimmt aber haben wir gerne gemacht ach wotern nur lauf doch nicht weg oh da vorne fackelt es ja ja weil ich da hin muss doch eigentlich ich guck also er hat irgendwas hingefassen ok ok Was? Ich dachte, den hab ich erschossen. Ne, der war noch ins Deft, da hängen am Blumenkübel. Wir kommen. Was? Aua! Oben sind die. Die blöden Hunde. Komm hier rein. Ich hab den gesehen hinter dem Blumenkübel. Er hat einige gekriegt. Waren die oben oder unten? Oben, oben. Hinter dir. Da willst du, dass das... Die sind oben an dem... Okay, einer ist Minus. Moment, jetzt komm ich den Spendel rein von hier. Die waren oben an der linken Ecke hinter dem Blumenkübel. Da schießt immer noch einer. Ich seh oben keinen. Ach, da hinten. Am Lkw. Okay. Hast du? Über alle Bäder. Okay. Komm ins Mentes dran dran. Oh, probiert da auch. Geil. Boah. Die Arschleiter alter. Solche Rottstoffe. Hm. So. Ich hoffe, ich kann jetzt mal hier meine Ernte einfahren. Hm. Keine Tasche hier, ne? Ach, hier meine Möcke. Alles wäre abgeräumt. Wie ausgekehrt. Ah. Blutvertaugel. Neues CMS. Geil. Hier vorne liegt noch ein Kartenbisch. Wenn da rauskommt. Los geht's. Hm. Na, klippen. Blup. Blup. Hey. Wieder einer. Brauch ich bloß noch einen? Damit wir den hier oben getroffen haben. Oder du hast ihn vorher schon angeschossen. Da hast du ihn gekriegt und kamen die runter. Jawohl. Oh, oh, oh. Ah. 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 So, kann ich jetzt hier mal lupen in Ruhe. Oh, der hat eine P90. Oh, die sieht aus wie ein Haufen Scheißer. Total runtergeschissen. Kommst du? Alter. Ja, hier kam doch einer rein. Ich wollte gerade fahren. Kommst du gerade? Ne, ne, ich bin hinten in der Ecke. Hinten in der Ecke. Okay. Okay, ich fühl mich besser. Okay, ich fahr noch mal rein. Ach, da bist du okay. So, mal gucken, was auf die Munition geladen ist. Ach, nicht, du eh. Noch ein paar. Ach, das ist doch horch. Ach, das ist doch scheiße. Ach, das ist doch scheiße. Oh. Oh. Lass mich mit Kopfschuss wegmachen. Ja. Ach, das ist noch einer. Oh. Ich mach mal hier vorne. Ja. Oh. 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 Oh, ist denn das die Möglichkeit? Ich hab Robital, warum stoppt das nicht die Blutung? Robital? Komm mal da. Guck mal, die Treppe hoch. Okay, hier oben noch gehen wir. Wo ist deine Nummer? Hier oben. Das ist ein nassen Kind. Alter, ey, ich krieg hier wirklich die 40 noch mal. Muss mal gucken, wie viele mir noch fehlen. Also ich bin mit 18 Reihen, 18 von 40. Geh hier vorne hoch? Hier oben am Blumenkasten liegt keiner. Der ist abgehauen. Ach, dort bist du, okay. Wo war denn das heiße Avocado? Das war doch hier hinten. Ja, das ist unten. Oh, vor allen Dingen hier hast du auch noch Kontext bei dem. Okay, die würde ich nehmen. Hast du hier rannt? Wenn ich die abgeben muss. Oh, Alter. Wenn ich die dann abgebe, hab ich die nicht mehr. Dann nehme ich halt seine. Oh, hier. Von wo? Dann bin ich ab. Das ist ein Kind, das ist immer ganz weit hinten. Ich frage mich, wie der zielen kann. Hier bei den Ersten, was ist mit dem? Killed bei Punisher ab. Die haben sich gegenseitig umgelegt. Okay. So, jetzt bin ich fix mit dem Avocado. So, dann soll das noch klappen, sieht doch ganz gut aus. Läufst du? Nein, nein, da kommt einer. Oh, nicht da. Meine. Ach so, ja, das stimmt, du brauchst vier, hier ist noch einer. Da kommt einer hoch. Boah, gerade so, dann hätte ich nicht gewissen. Du musst gehst, Alter. Brauchst du noch heilen? Erstmal nicht, ich habe alles. Zwei Nachtschwärmer. Zwei Nachtschwärmer. Es waren Nachtschwärmer unterwegs. Ja. Na ja, dann mache ich mich. Machen wir uns los zu deinem Avocado. Warte, wir warten hier. Der NSGIF hat ja einen 856A1, ist klar. Warte. Ich bin doch. Gibt es da nicht. Da passt's nicht. Ja. Jetzt pickn wir noch. Noch ein oder? Innen oder noch? Danke. kann ja nicht bleiben dann macht man nicht der hat gewackelt die lämmer schwanz rechts links da wusste ich gar nicht wo er hingucken sollte zu dir oder zu mir hier fatscht noch was hier fatscht noch was ich muss erstmal hier runter rennen jetzt hier unten rennt da einer bei mir jetzt jetzt habe ich gar keine arme mehr wer ist denn hier wie soll ich ohne arme kopfschüsse verteilen ist er noch nicht ich warte bis du bereit bist knirschelst du da hinten dran ja okay alter das war knapp da habe ich gerade noch einer gesagt und runter unter dir war noch was rum ist abgeschlossen geil ich kann pp munition herstellen also da habe ich ja jetzt würde ich sagen über 23 drei pms in magen magen weggeschossen ja da ist noch mal was dann geht's drüber hast du dich heißest du zu ihm ich dachte du warst ja das war eine matroschka tür matroschka autismus das war ein zwei alter okay ich habe mal 10 von rum mit diesem schmutz kommt wieder eine 1 2 ich bin noch was hat geklatscht das war geil kommt dann nächst du kannst du 40 50 schreck machen ja ohne probleme es werden ja bald noch 30 schaft man Ja. Avocado. Rainer Össin. Rainer. Avocado. So. Wie ein Übruch bin... Was müssen, ne? Naja, da wo der... ...bruch ist, der Steinbruch. Die Ecke, genau, wie das Loch ist. Ich kann mal, wie der das hingelegt hat, der Skepfle. Der hängt da in der Kiste. Mit seiner Rübe. Aua. Was, von wo denn? Ich möchte auch gerne mal wissen. Irgendwie von hinten oder so? Da warst du hinten an der Rolltreppe rumgetanzt? Ja, kann ich los. Ja, ja. Irgendwo von dort muss da was sein. Das war kein Schaden gemacht, aber... Die werden schon mal drauf gehen. Ich hab kein... Ich sehe keinen, Alter. Ja, ich weiß, aber... Irgendwer hat mir... Hast du geschossen? Nee. Was ist es denn? Gehen wir halt andersrum. Was war's denn? Oh, ihr Arschlacher, dann zeigt es euch doch wenigstens. Ist denn der? Ist der dumm, oder was? Ey, der hat mich in Stücke geschossen. Ja. Das kann doch nicht sein, Alter. Ich habe nur das Feuer... Vor allen Dingen, er kriegt PP ab. Er läuft halt rum. Das juckt ihn überhaupt nicht. Ich habe nur das Münchensfeuer hinter der Seite gesehen. Alter. Alter. Jetzt ist auch noch das Bein weg, Alter. Hier ist alles weg. Alter, dein Maul, Alter. Boat Kui. Weiter. Wir können nicht schön bleiben. Nee. Wir sind immer dumm. Stehen es in fünf Neues. Hier ran oder hinten lang? Das ist eigentlich alles egal. Ja. Wir sind so dumm. Was müssen ja hier schon einfacher, ne? Avocado. Da vorne ist es schon. Ist ja nicht weit. Ja. Das ist so nah, Alter. Ach, das brauchst du. Ah, Alter. Geh mal rüber. Ich weiß nicht, wie wird er hier das Geftskum bei mir dann hier an der Ecke? Ja, ist schon mal weg. Das nehm ich immer, wenn die hier hockt. Drei Sekundenalber. Hätte bestimmt nichts gemacht. Er hing am Leben. Ja, weiß es nicht. Kommt zu dir. Ja, das würde ich gut finden. Wie weißt, wenn du mit dem Nischel hier in den Kissen hängst und das versteckst, kommt jemand von vorne an. Na ja. Ich war ja auch allein. Das ging ja auch bei mir. Aber wir sind ja zu zweit. Das geht schon. Das kann ich ja nicht sagen. Da jammert wohl der Erste. Ich kann ja nicht gucken, wo da ist. Dürfte ich mich ja gar nicht finden, weil ich leise bin. Nein, hier ist das Bermuda-Dreieck. Die sind ja. Mhm. Das sind sie hier. Die sind da und weg. Mhm. Die sind da und wir sind weg. Das ist. Hier liegen sie. Hier kommen sie ja immer gestapelt. Ich bin da. Okay. Geil. So vor mir hab ich mal ein bisschen Bedenken. Ja mal, da können auch PMCs auftauchen. Da war ich immer eine halbe im Übel. Warte ich. Na ja. Danke. Ja, war bis jetzt schon wieder geiler Rät. Ja, richtig geil aus. Mit zahlreichen Bleichen. Ich hätte es wirklich ehrlich gesagt nicht gedacht, dass ich hier die 22 noch vollkriege. Mhm. Und jetzt hab ich ja schon wieder auch übererfüllt am Plan, Junge. Ach, locker. Wir haben ja entschieden Exit, ne? Danke schön. Oh. Das ist doch dumm. Wir sind doch gleich da. Und bloß noch durchs Ding, durchs Poly. Mhm. Mhm. Da war der dann gleich rund. So acht Sekunden. Warte, wir können hinten die Treppe runterrennen, wenn der da nicht durch will. Aber ich will ja Gasflascher. Achso, jetzt brauchen wir zwei. Ja, siehst du, du kriegst den. Ich hab dran gedacht, du nicht. Na ja, ich denk dran jetzt. Und dann. Ja, ja, ne. Ich darf nur als Gäff dann. Die krieg ich als Gäff immer. Ne, da werden doch genug da sein. Und wenn zwei da sind, kriegt jeder eine. Ach. Ich brauche einen. Ich kann da warten. Mir ist das nicht. Ich finde das nicht schlimm. So, voll. Let's go. Alter, was ich hier für Headshots verteilt hab heute. Die Spinnen. Boah, hast du gebrucht? Ja, ich hab keine Beine mehr. Achso, gar nicht mehr. Arme weg, Beine weg. Also ein Bein. Der brauchste CMS. Ja, drei Stück. Aber das ist, das bringt nichts. Ich hab jetzt zwei. Ich hab eins gefunden. Ich kann dir vier geben. Ehrlich? Ja, eins fürs Bein vielleicht. Ja. Naja, das ist auf alle Fälle besser. Wenn du doch mal rennen musst. Ja. Ich finde das ja nicht so toll. Wenn du da rum bist. Wacht und Blut, das passt man trotzdem. Ja. Kann ich ja nochmal in die Pasche gucken. Oh, da kommt was. Ja, ja. Ich hab's gesehen. Kann mich nicht bewegen. Ah, ich bin weg. Das war aus wie PMC. Echt? Ja, ja. Das war der Helm. Hat so komisch rumgefolgt. Hier und ein CMS. Ich hätte es dir auch gecheckt. Ich hab doch genug. Aber, naja. Aber danke. Die Stecker sind auch nichts mehr wert. Nee. Hört das nicht. Bei uns gab's hier. Aha. Aber tache. Aber mit einer AK4 bin ich einfach ein Trommelmagazin. Ist klar. Die nehme ich aber weg. Vielleicht findet man ja hier noch einen PMC. Da kann ich... Ja. Killer finden wir ja höchstens. Ah, da bringt mir nichts. Wir haben bloß noch sieben Minuten. Ich hatte letztens eine Daily. Döte Killer auf mindestens 35 Meter oder sowas. Mhm. Ich hab da vorne läuft was. Was? Das ist aber, ja. Ist schon weg. Okay. Okay. Ja. Ich seh schon einen Killerhelmer hier, wenn da einer läuft. Killerhelmer. Ach, die Gas... Ich hab die Gaspullen, Junge. Die wollte ich keinen Filter. Na ja, wenn du sie brauchst, sind sie wieder nicht da. Ja. 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 Das ist easy. Ich hab die letzte gestern verkauft. Weil die ewig in meiner Kiste rumlag. Und dachte ich mir aber, du brauchst den Scheiß. Und heute, kaum hast du verkauft, kriegst du die Questen. Ja. Jetzt würden sie es wissen, die Arschlöcher. Ich hab ja noch Glasreiniger und Gleis. Ach so. Find ich ja auch nicht. Hier ist gar nicht in den Regalen. Was hieß denn hier? Da vorne so ein Falst aufbacht. Hier ist absolut nichts. Wasserfilter. Naja. Böde. Nur so ein Scheißschetter. Ja. Ich hole das los. Ah. Jetzt soll das schrauben. Guck. Guck. Komm raus. Ich kann das eben nicht mal sehen. Okay, klar, feine. Null. Wenden wir noch welche zum Exit? Heute nicht, nee. Warte eigentlich. Hätte ich gerne mal gesehen. Ja. Die wollen wir heute den Monster drauf haben. Und zwei scopen können. Da kommen die nicht. Die kommen nur, wenn ich nicht drauf habe. Wenn ich eine Holo drauf habe. Ja, ist das einfach. Nee. Mehr ausreizen kannst du irgendwie nicht. Nee. Die Kiste kommt mit. Scheiße, wir haben doch eh weh. Wir müssen wieder zurück. Oh, habt ihr gesagt? Nein, Quatsch. Aber wir sind ja hier hinten gespawnt eben. Habe ich mir vorhin schon so überlegt. Wir sind ja gegenüber gespawnt. Ja gut, drei Minuten nach 30 hätte ich auch geschafft. Ja, das wäre eng geworden. Ja, ja. Meinst du? Drei Minuten bis zum Regen? Nee, das schaffst du nicht bei E. Das schaffst du nicht. Ich habe es noch nicht mal in zwei Minuten von da hinten gespüßt. Es wird eng. Ja, gut. Also ich war nicht ganz da hinten. Das war... Na gut, da kommt erst das E-Werk noch. Dann ist es noch mal eine lange Strecke. Ja. Es ist schon weit. 35 Skeps. 6600. 3, 2, 6. Ich habe 18 Skeps. 15.000 Punkte an der Kopfschuss. Hättest du das nicht gleich haben können schon? Das ist doch Kacke. Headshot, 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 Headshot. Alter, das ist ja eine richtige Headshot-Galerie. Alter. Naja, hier steht Killed, Thorax. FMJ abgekriegt, HP abgekriegt. Wahnsinn. Was noch? Nur FMJ und HP. Okay. Oh, dies. Ich habe Superformance, Slug, D45, TT, PGL. Das ist manchmal ganz schön gezappelt. HP, 7,62. Das ist manchmal ganz schön gezappelt. Mit meinem anderen Vester, wäre ich so gut gewesen zu hören. Versuch ein. Das ist manchmal ganz schön.